Wischiko von P. R. Tschitsche war ein böhmischer Adliger, der in den Diensten der herrschenden Prämisleiden stand. Er gilt als Stammvater der Wittigonen, die sich unter seinen Söhnen in vier Familienzweige verzweigten. Leben, Wittikos Herkunft und Geburtsdatum sind nicht bekannt. Sein Prädikat von P. R. Tschitsche leitet sich von P. R. Tschitsche bei Sede Letz ab. Erstmals erwähnt wurde er 1134. Für das Jahr 1165 ist er als Munzenk und von 1169 bis 1175 als Truchses am Hofe des Herzogs Wladyslaw II. nachgewiesen. Von diesem wurde er im Winter 1172 zusammen mit dem Prager Bischof Friedrich I. mit zwei diplomatischen Missionen zu Kaiser Friedrich Barbarossa gesandt. 1177 war er Burggraf von Glatz. 1179 soll er an der Schlacht bei Lodeneis teilgenommen haben, die zwischen den Herzögen Wladyslaw II. und Friedrich ausgetragen wurde. Seit 1181 ist neben dem bis dahin gebräuchlichen Namen Wittek, das an der Minuzi von Witt ist, auch die deutsche Namensform Wittigo überliefert. 1184 wurde er zum Burggrafen von Prachen ernannt. Vermutlich in dieser Position erwarb er umfangreiche Ländereien in Süd- und Mittelböhmen. 1185 war er zugegen, als das Weitragebiet, das damals zu Böhmen gehörte, an die Kühnringer verliehen wurde. Als 1189 auf dem Hoftag in Satzka durch Herzog Konrad III. das böhmische Landrecht kodifiziert wurde, trat er ebenfalls als Zeuge auf. Seine umfangreichen Ländereien vererbte er an seine vier Söhne, die jeweils eigene Familienzweige begründeten. Wischiko D. E. von P. R. Tschitsche belegt 1213 bis 1236 Begründer der Linie Krumau, die 1302 erlosch. Wischiko von P. R. Tschitsche und Blankenberg begründete die Linie der Rosenberger, an die 1302 die Besitzungen der ausgestorbenen Krumauer-Linie überging. Mit Peter Wock von Rosenberg erlosch diese Linie 1611. Heinrich I. von Neuhaus Begründer des Familienzweigs der Herren von Neuhaus, der 1604 erlosch. Wischiko von Klokaut belegt 1220 bis 1234 Begründer der Linie Landstein bzw. Wittingau, die 1381 erlosch. Punkt. Roman Held. 1867 veröffentlichte Adalbert Stifter, der ein Kenner der böhmischen Geschichte des Mittelalters war und selbst aus Südböhmen stammte. Den historischen Roman Wischiko, der Protagonist des Romans ist Wischiko von P. R. Tschitsche, den er möglichst authentisch darzustellen versucht. Legende. Die Abstammung der Vitigonen von dem römischen Geschlecht der italienischen Orsini ist nicht belegt und gehört in dem Bereich der Legende. Sie kam dadurch zustande, dass Ulrich II. von Rosenberg zur Steigerung des Prestiges der Rosenberger eine fiktive genealogische Abkunft von den Fürsten Orsini konstruierte. Sie wurde zwischen 1469 und 1481 auf Wunsch von Ulrichs Söhnen Johann und Joost von drei Mitgliedern der Familie Orsini bestätigt. Die Legende wurde nach 1594 von dem Rosenberger Hofchronisten und Archiver Watzlaw Bresan in seinen Monumentar Rosenbergiker aufgegriffen und dadurch verbreitet. 1609 nahm sie Bresan auch in den kurzen und sumarischen Auszug aus der Rosenbergischen Chronik auf. Dort lautet die Wischiko betreffende Überschrift in Kapitel 1 deshalb irreführend. Okneseti flaskem vitkovi kateris inejprv do techtokajin dostal.